Wollt ihr jetzt noch eins hören, oder was? Brauchst du, ich warte jetzt auf hier. So, Ballade. Danke. Also wir fangen einfach wieder von vorne an. An dieser Stelle möchte ich die Artisten vorstellen. Artisten. So meine Lippin, Max Hager von der Below Tremendic Fools. Einer Platz. Heute der alleinige Lomi Black Sabbath Gitarrist. Zu meiner Rechten haben wir da Marco Weger und sein neuer Bassist von Rosetta Stolt. Das ist was jetzt heute wir sind. Applaus mit seinem ziemlich heftigen Bass. Und hinter mir meine bessere Hälfte. Felix Gärtner. Leider auch nicht single. Hört auf an den Boden. Aber die Nummer könnt ihr von mir haben. Wenn ihr sie braucht, kann ich euch gerne geben. Felix Gärtner am Schlagzeug. Applaus. Kommt mal. Das ist sehr wichtig. Die Linke. Die Linke. Seh den Kont herum haben wir jetzt hier. Sie haben sich die Linke. rule mich nicht neu. Ich bin nervös. Dann bin ich von rechts. Untertitelung. BR 2018 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 Untertitelung. BR 2018